Wer ist Feuerwehr-Willi? Junge, das bin ich. Was ich dir schon immer mal sagen wollte, wenn du Angriffstrupp bist, dann läuft das so geil. Du weißt, wo der Verteiler hin muss. Du weißt genau, wo du stehen musst, wo du auf dem Auto sitzt. Okay, und dass der Verteiler, die Grenze ist zwischen Gut und Böse, die Grenze zwischen Gefahrenbereich und kein Gefahrenbereich, das weißt nur du, Alter. Und deshalb bist du auch im Angriffstrupp. Geil. Und wenn dir der Gruppenführer sagt, in das Gebäude gehst du rein und er zeigt nur zwei Meter neben die Tür, dann gehst du durch die Wand. Du bist der geilste. Du bist der geilste Angriffstrupp. Dich mag ich. Weiter so. Dich mag ich. Weiter so.